Hier ist das Auto weggegangen. Hier kommen gleich die zwei Wellen, da habe ich das Heck verloren, dann bin ich hier auf der rechten Seite eingeschlagen, hier aber auf der linken Seite. Ja, wie gesagt, ich kam aus der vollen Runde und dann hast du da erheblich höhere Geschwindigkeiten als jetzt in der Rundeauswahl. Rundeauswahl Das ist richtig. Das ist rund, oder? Ja, das ist da rund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja, definitiv. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.